Die Unausschweiflichkeit der Dezentrierung und der Bestimmtheit für die Veräußerlichung, für die Selbstveranderung in der Metonymie-Reihe der Körperersetzungen unter Dreingabe des eigenen Körpers und Ersetzen machen alles, je eigentlichen, eigenen und Neubeginn. Doch wieder anderes ist für die Reproduktionsfähigen keinerlei Problem qua anderer Urkastrationen, deren Überführung in das Nichtvorhandene, dann dazu führt den Prozess der Wiederauffüllung der Kathedralenschiffe erst recht mit Frohlocken zu vollziehen in diesen gloriosen Messefeiern, indem sie also den ewigen heraklitischen Transformierungsersetzung, Substitutions- und wieder Neuveranderungsvorgang aus den alten Resten akzeptieren, der nur entstehen kann als die großen Bewegtheiten, als die großen Emotivitäten, Motionen, Bewegungen, Quadezentrierung, würde dieses ewige sich selbst authentisch finden können im Aristophaneschen Sinn, so wie das nur bei der Zygote stattfindet, gäbe es ja keine Spannung, keinen elektrischen Widerspruch, der dann zur Abführung in Form von Aktionismen führen könnte. Weil alles nach Heraklis nicht stillsteht, zwischen diesem partikularisierten Sein, das wert ist es zugrunde zu gehen, und der dazwischenliegenden Leere, und das das Ewige von Persistenz ist, das immer sich Verändernmüßende, aber als das nie wieder gleich ist, und als das immer wieder andere. Nur deshalb kann der Iltis Parmenides die Vorstellung haben, was soll das denn dann alles, wenn nichts vom Bestand ist, außer das Unbeständige selber. Und deshalb protestieren wir als Bewahrer des einzigartigen Relevanten, dass wir gewesen sein würden in unserer immer sich bewahren wollenden und nie sich verändern wollenden Weltvorstellung, die wir als selbstidentisches Bewusstsein wehren und lassen das Ganze als polarisiertes Wechselspiel des Alexi Mandras von der Vertikalen, von der Horizontalen in die Vertikale fallen, in einen abgrundtiefen Todesungrund, der nie endet, der immer während des Fallen ist. Und weil dieses Fallen, so wie die Virtualwelle, die dann später am Auftreffungspunkt ein Photon herausschlägt, in dem sich das kollabieren macht und materialisiert, ein Photon, das auf einen Elektron trifft. Aber solange diese Virtualwelle durch das Leere, durch das Huckvakuum fluktuiert, gibt es keine Zeit, gibt es kein Etwas, gibt es nur nichts zeitloses, raumloses Fallen, ewiger Stillstand. Und das ist dann die Metapher des Xenon mit dem fliegenden Pfeil, der nichts anderes ist, als das stillstehende Photon oder das stillstehende, noch nicht gewordene Photon in seiner Virtual-Energetik-Fluktuation. Denn selbst diese Energetik ist ja nur ein Interferenzmuster des Virtual-Energiefelds mit seinen Höhen und Tiefen. Da hat sich ein Brett verklemmt. Nein, es wurde verklemmt als Aufstiegsmöglichkeit für die Glittenspringer von Acapulco. Danke.